servus glück auf und herzlich willkommen zur weiteren fc bayern talk ja leute 19 bundesliga spieltag 4 zu 2 in woesburg gewonnen am ende des tages verdienter sieg behaupte ich mal wenn auch ein bisschen glücklich ganz wildes spiel ganz komisches spiel von unserer seite irgendwie rote karte kommen wir noch drauf also gelb rote karte aber ganz komisches spiel irgendwie sind richtig schlecht gestartet also wo ich mich war auf jeden fall die bessere mannschaft so die ersten gefühlt eigentlich zehn minuten und wir machen dann tor aus nichts irgendwie gefühlt danach waren wir dann besser im spiel ja dann hat king das zweite tor gemacht dann haben wir gute 20 minuten gehabt dann müller das dritte tor gemacht ja zu der zeit hatten wir wie gesagt so gute 20 minuten aber danach war es dann auch schon wieder hinfällig so ab der 30.35 war schon wieder so ja weiß ich nicht wir waren zwar anwesend und so aber wo ich war präsenter irgendwie eine zweite halbzeit dann dasselbe spiel da waren wir eigentlich gar nicht mehr präsent dann die gelb rote karte ja dann war natürlich klar was passiert und dann war ja so drei vier spieler die uns da mitgerissen haben sind die licht hinten der dann wirklich mega präsent war wenn auch ein bisschen unglücklich manchmal in der ein oder anderen situation das beim 2 zu 4 aber was willst du machen er nimmt den einen mann raus und genau zehn zentimeter daneben steht noch einer also da muss er auch mal einfach ein bisschen unterstützung kriegen auch beim ersten gegen tor ich weiß nicht wo parvada war also das war ganz wild aber die licht hat mir sehr gut gefallen hat super dirigiert hinten hat angefeuert hat mitgerissen koretzka dann auch so die letzten 20 minuten ja jamal über sein tor gemacht hat davor auch schon die zehn minuten war er so der auffälligste der geackert hat der gerackert hat der sich dagegen gestemmt hat die drei spieler sind super herausgestochen was dann so den willen und ja einfach zu zeigen jo hier ist einer der will führungsspieler der vorangeht hat mir gut gefallen die drei haben mir da explizit gut gefallen aber ja ansonsten war es ein komisches spiel aber ein sehr interessantes spiel dann bedingt auch durch die gelb-rote karte zu der gelb-roten karte vielleicht ja weiß ich nicht klar kann man geben keine frage es war am ende des tages ein foul kimm ich hatte schon gelb kannst du gelb-rot geben hat kimm ich in der zwischenzeit noch drei vier falls gemacht so dass er unbedingt vor der gelb-roten karte stand sehe ich nicht ja wenn man die linie des schiedsrichters sieht der bei jedem taktischen vor gelb zieht ist er seine linie treu geblieben keine frage muss ich muss mir die linie gefallen nein es waren ein paar andere falls dabei die wirklich auf die knochen ging wo es keine karte gab und dann bei jedem kleinen zupfer gab es gelb das auf beiden seiten das war völlig okay ja das war jetzt nicht irgendwie gegen uns oder für wolfsburg oder sowas auch bei wolfsburg wenn das ein taktisches vor war gab es eine gelbe karte das schon okay aber wird so ein altes kind schön ausgedrückt ja ein bisschen mit gefühlen mit gefühlen nicht so wirst du auf welches wort ich habe es ich habe es auf die zunge ganz auf jeden fall mit ein bisschen fingerspitzen gefühl hätte man mich auch sagen können ja das war es noch eine kleinigkeit und du gehst vom platz hätte am ende des tages nichts geändert weil wir einfach kein mittelfeldspieler mehr auf der bank haben der auf dieser position hätte spielen können da wir den sabitzer verkauft haben und grafenberg ausgefallen ist also war es am ende des tages egal sarkasmus ja leute na klar ist es nicht egal ob zehn oder elf man auf dem platz stehen empathie war es genau hätte ein bisschen empathie gehabt der schiedsrichter hätte er nicht runter geschmissen es war für mich jetzt kein taktisches fall wo man sagt ja ja da wäre hundertprozentig eine riesen torschrank zu wolfsburg entstanden nein weil der arnold hat es auch clever gemacht hat sich dann da reingestellt und wollte eigentlich auch nur das faul haben das hat man gesehen also weiß ich nicht wenn man das berücksichtigt muss man das nicht geben ja er seine linie aber treu geblieben auf der anderen seite wo das drei zu viel für wolfsburg gefallen ist dass er da das faul gepfiffen hat für uns ja ist seine linie treu geblieben weil das war genau andersrum da hat koretzka den körper reingestellt wurde dann getroffen ja normalerweise hätte er da auch noch gelb geben müssen dann wäre seine linie wirklich treu geblieben weil das hat der arnold auf der anderen seite nicht anders gemacht hat sein körper dazwischen gestellt und das fall provoziert aber gut ja am ende haben wir 4 zu 2 gewonnen es war dann interessantes spiel da musste ich die letzten 30 minuten ohne ton gucken die gute dame die hat mich so getwiggert alter die hat so eine ätzende stimme die in meinem gehirn gebrannt ist dass es weh getan hat und hat gefühlt wie ein wasserfall gequatscht alter und das schlimme ist ich habe auf der sohn keine option über mein sky receiver gehabt nur auf stadionzaun zu stellen also ich höre kein radio alter ich gucke ein fußballspiel ja da da ist ein kommentator da ist auch mein co kommentator der auch mal was sagt aber die hätte gequatscht wie ein wasserfall alter junge junge und dann hat mich persönlich hat die stimme so hart getriggert ich konnte es mir nicht mehr reinballern hat nichts damit zu tun dass sie eine frau ist ja alles gut auch nicht damit dass sie was weiß ich elf jahre töterin bei wo ich war dass sie ein bisschen parteiisch war hat man schon gemerkt auch wenn sie es dann immer wieder ein bisschen schackiert schackiert nicht schackiert ihr wisst schon was ich meine hat das hat mich gar nicht gestört mich hat einfach diese stimme getriggert und das ohne ende quatschen alter du hast ja nicht mal einmal 30 sekunden ohne kommentator gehabt entweder er oder sie altobady gar nicht meine welt ja gar nicht meine welt konnte ich mir nicht verpacken musste ich die letzte halbe stunde ohne ton gucken aber auch das ist nun mal eine persönliche präferenz ja man daher was ein sehr sehr komisches spiel für mich wie gesagt auch so was ein komisches spiel was wir dann am ende gewonnen haben wenn man ehrlich ist haben wir eigentlich keine ahnung gehabt warum wir auf einmal 2 zu 0 geführt haben hat king beide male gut gemacht erst einmal torwart fehler definitiv muss er einfach haben steht da schlecht zweites mal ja hat man gesehen was konzert leo kann er hat auch danach noch mal ein zwei sehr sehr gute flanken geschlagen ja und king hat das gemacht was er kann oder was er eigentlich nicht so gut kann er hat heute mal tore geschossen hat mir sehr sehr gut gefallen warum ausgewechselt wurde habe ich nicht ganz verstanden warum man knabry bringt der wieder null leistung null gegenwehr gebracht hat sehr sehr enttäuschend ich habe es damals schon gesagt wo es um die vertragsverlängerung ging ich hätte niemals mit dem kerr für 17 million verlängert alter ich hätte es mehr verlängert und dann verkauft also ist das geld definitiv nicht wert also i don't know aber da kommen wir jetzt mal drauf wir gehen so ein bisschen auf die spieler drauf ein zum spiel habe ich alles gesagt was mir so einfällt wie gesagt war ein bisschen komischer kick lassen sie mal einmal kurz die statistiken rein luschern ja da sieht man schon dass wurstburg dann auch am ende bedingt durch die gelb rote karte ein bisschen mehr vom spiel hatte bei besitz 52 47 vc 9 hält sich auch in grenzen zweikämpfe 45 55 da muss man sagen da haben wir uns dann reingebissen ja so die erste 15 20 minuten zweiter halbzeit haben wir kaum im zweikampf gewonnen bis aufs tor 5 4 schüsse insgesamt 22 9 ecken 7 4 auch hier die statistik ja warum wir vier tor geschossen haben warum wir das spiel heute gewonnen haben um das vielleicht noch mal kurz auf den punkt zu bringen ist weil wir unsere wenigen chancen die wir hatten genutzt da wo es möglich hat auch genug chancen gehabt und hätte auch locker 45 taure machen können ecken 7 4 angekommene peste 461 zu 421 421 ist ein sehr schwacher wert für uns wir haben auch unwahrscheinlich viele fehlpässe gehabt also ich habe mich heute aufgeregt über fehlpässe ich mein kopf brennt mein kopf tut weh blanken 23 6 schüsse insgesamt command zwei museale ein müller ein torschuss vorlagen pava eine der bis eine ganze leo eine gewonnen zwei kämpfe kanzler leo 10 musala sieben kuretzka sieben ballkontakte 89 davis 87 pavar 85 kanzler leo ja gefreut wurden schenken wir uns interessiert uns nicht wirklich ja damit würde ich sagen gehen wir mal auf die idee die spieler drauf ein machen die aufstellung auf hier sommer sehe ich heute bei einer drei hat sich kein fehler auch einmal hatte einmal klatschen lassen das war ein bisschen unglücklich aber das hat er dann in zusammenarbeit ich weiß gar nicht mit licht noch bereinigt oder was paar war keine ahnung auf jeden fall ist da nichts passiert ansonsten hat er zwei bälle ganz gut gehalten dem mit dann mit dem fußabwehr wo schon auf dem weg in die andere ecke war natürlich sensationell gut gehalten mit dem reflex noch ansonsten super ball sicher haben versucht die bälle zu verteilen hat versucht mit langen bällen zu haben ja eigentlich schon eine gute drei will man ehrlich sind schon eine gute drei kanzler leo wie ich auch bei einer drei sehen hat sehr auffälliges spiel wieder gemacht was ein bisschen abstellen muss hat ein zwei mal so ein bisschen so eins gegen eins in der eigenen hälfte wenn wo es mich impressen ist habe ich nicht so gefühlt hat er zweimal den ball verloren da muss man sich schon sicher sein dass er klappt dann ist alles alles okay da hat er ein bisschen überdreht finde ich aber ansonsten hat er ein sehr sehr gutes spiel gemacht hat auch versucht auch das spiel zu eröffnen war dann sogar teilweise auch mal mehr mittig wie außen während stark hat das tor vorbereitet wieder super flanken geschlagen da sieht man mal wie einfach fußball sein kann wenn man spieler in der mannschaft hat der flanken schlagen kann ja traurig aber war das ein koman ein koretzka selbst in kimmich knabry dabei unser nähe dass sie alle nicht so eine flanken schlagen können ist schon traurig pava hat mir nicht so gut gefallen muss ich sagen man hat gesehen dass er ein bisschen glücklicher war er hat nicht so seine grimmige fresse gezogen die er zieht wenn er auf rechten verteidiger position spielt ja zum ende es war viel licht und schatten beim war ja sind wir bleiben wir bei einer drei minus es war viel licht und schatten kannst du leo würde ich bei einer guten drei sehen ja paar war wie gesagt bei einer schwachen drei hat viele stellungsfehler gab viele absprachprobleme aber gut wenn er sonst nicht als in verteidiger spielt kann man das vielleicht ein bisschen verstehen hat es teilweise gut gemacht teilweise aber auch richtig schlecht muss man sagen also habe ich nicht so gefühlt heute die licht obwohl er an beiden gegentoren beteiligt war sich ihn heute bei einer zwei warum habe ich schon gesagt bei beiden die gegentoren wurde einfach für meinen meinen augen einfach allein gelassen so ein paar war steht dann da irgendwie drei meter entfernt hat kein gegenspieler guckt sich das an von sie genauso also habe ich nicht gefühlt wie die anzukreiden er war der der hinten gepusht hat der hinten kommandos gegeben hat die sich dann auch mal mit dem koretzka gepusht hat hat mir sehr sehr gut gefallen genau das brauchen wir ja genau so ein brauchen wir deine abwehr der vorangeht der anweisungen gibt der anfeuert extra lob von meiner seite davis heute note fünf punkt da gibt es gar nichts dran zum mode gar nichts dran zu deuteln wenn da irgendjemand von euren andere meinung hat er hat der andere spiel gesehen ja von sie war grottenschlecht grottenschlecht wenn wir eine statistik müsst man mal raussuchen könnt ihr gerne machen wenn euch das interessiert sucht man eine statistik raus wie viele fehlpässe von sie heute gespielt hat oder besser wie viele pässe angekommen sind ein drittel vielleicht alles andere war fehlpass aber gefühlt gefühlt hat er nicht ein zweikampf gewonnen nicht ein lauftuell rede bakju war immer frei ist immer an ihm vorbei er war total überfordert auf seiner seite nach vorne ging auch gar nichts also von sie war grottenschlecht es tut mir eine seele weh das sagen zu müssen aber es ist einfach so note fünf da gibt es nichts zu beschönigen das war nicht ausreichend das war mangelhaft traurig ist dass wir ihn mit durchziehen mussten das war nicht so das traurige weiß ich nicht warum da nicht er reagiert wurde meiner oder warum da gar nicht reagiert wurde aber wie wir gesehen haben kommen wir gleich noch zu ein stanisic war auch nicht besser gut koretzka sehe ich bei einer guten drei koretzka hat mir gerade in unserer so nach den ersten zehn minuten so von 10 bis 35 hat mir koretzka richtig richtig gut gefallen also erst mal voicemurg hat es genau gemacht wie alle anderen auch hatten kim ich aus dem spiel genau man kann nicht einem mann auf die füße gestellt und gut aber heute hat sich koretzka mal fallen lassen ja heute war er mal heute haben wir mal eine doppelsechs gehabt zwischendurch er hat sich fallen lassen er war dann war der freie mann da und er konnte ball mal verteilen er hat zwei dreimal angetrieben in der phase war koretzka echt stark war war mit der beste spieler bei uns auf dem platz so die 20 minuten dann ist koretzka leider wieder von der 35 bis zur 65 70 ist koretzka komplett abgetaucht dann hat er sich ein bisschen reingepusht ja ich hätte mir gewünscht wo kim ich dann runter ist dass er da schon präsenter gewesen wäre das hat auch auf sechs gewesen wäre präsenter gewesen wäre auch in der defensive und sowas das war er nicht dann so die letzten 20 minuten da war koretzka da war er da da war er heiß da war er aggressiv auch wenn das sind wenn das nicht so kann war halt mal ein foul dabei und so weiter hat sich dann auch noch mal ein bisschen gepusht mit der licht hat mir gut gefallen ja von daher eine gute drei wenn er wenn er leon das mal über 90 minuten bringt dann haben wir auch wieder spaß am leon ja das war heute auf jeden fall eine steigerung zu sein anderen spielen wo er halt vielleicht gute fünf bis zehn minuten hatte aber da sieht man das ist einfach die form die form ist nicht danach wählen beim davis genau dasselbe die licht hat auch schwankungen aber die licht geht wenigstens voran und feiert und peitscht und das war beim koretzka heute auch so selbst bei kimmich hatten wir so leichte anflüge davon heute kommen aber gleich zu king king würde ich heute beinah zwei sehen da müssen wir nicht viel diskutieren hat die beiden tore super gemacht hat ansonsten auch noch ein zwei gute aktion gehabt hat noch eine gute schusschance gehabt die man eigentlich hätte mindestens aufs tor bringen müssen war stark ich habe die auswechslung nicht verstanden ich weiß gar nicht wollte mal gucken spielen unter der woche ne ne bochum ist doch oder ist es wieder englische woche ne ja habe ich nicht verstanden dann also keine ahnung habe mir ein bisschen leid getan weil command war 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 gut war auch im spiel und wenn wir gesehen haben dass ein knabry dafür reinkam und einfach nichts gebracht hat wirklich gar tut es noch mal umso mehr weh habe ich nicht ganz verstanden die auswechslung kimmich war wieder viel licht und sehr viel schatten heute gelb-rote karte ja keine ahnung kann man ihn schon irgendwo ein bisschen ankreiden kann er schlauer agieren kann er weg bleiben weil wir führen da muss man das jetzt nicht unbedingt riskieren wenn man eine gelbe karte hat und wenn man weiß dass die schrie bei taktischen fort so klein nicht pfeift wenn man das berücksichtigt muss er da schlauer sein und den anruf laufen lassen fertig ja ansonsten war kimmich heute auch mal ein zwei mal unter feuer er hat auch einmal einen tritt gekriegt das ist übrigens das beste beispiel da gab es keine gelbe karte für ja und das war ein ganz klarer tritt er hat dann geschubt ich glaube da gab es noch nicht mehr als freistoß für also i don't know dass das das habe ich halt wieder bei dem schrie nicht verstanden aber noch mal es ging jetzt nicht für uns oder gegen uns das war auf der anderen seite genauso i don't know ich weiß nicht warum man taktische falls gleich eine gelbe karte zieht und bei sowas wo hinten auf die knochen gestiegen wird gibt es keine gelbe mal beim kanzler leo hat er erst mal 30 sekunden überlegt ich weiß nicht ob er dann kommando gekriegt hat er wurde auch hinten auf die ferse getreten wie gesagt früher gab es auch mal rot für aber dann gab es ja immerhin gelb für zuerst wollte er ja gar nichts zeigen und bei kimmich kriege ich ganz klaren tritt alter und dass man dann mal ausflippt und den anderen schubt kann ich auch verstehen ja i don't know aber kimmich war und war on fire wie gesagt bei kimmich fehlt mir einfach immer noch dass er das heft mal an sich reißt durch kommandos ja und auch mal durch anfeuern er hält mir einfach zu viel die fresse ja wenn mal irgendwie sowas ist dann kommt da mal ein bisschen aus sich raus heute war er mal ein bisschen aus sich raus aber da muss mehr gehen also da in der hinsicht gefällt mir kuretzka zehnmal besser kuretzka zeigt emotionen und macht ansagen hat auch immer ein zusammengefiffen da muss kimmich da muss kimmich zulegen definitiv ja aber es war schon mal besser wie die letzten zwei drei spiele im abgesehen vom 1 hat es heute wieder nicht leicht gehabt wie die anderen spiele auch man sieht aber auch da dass die form einfach noch nicht da ist formschwankungen halt wie es uns durch unsere ganze mannschaft zieht eigentlich aber auch viel wieder diese komischen ach weiß ich nicht zwischendurch dann auch dieses teilnahmslos ja ich kann es irgendwo verstehen wenn man immer jede minute zugestellt ist und immer einen mann am arsch geben hat dass man irgendwann keine lust mehr hat aber ja ich meine herz ist heute ein bisschen besser gemacht konnte sich ab und zu mal ein bisschen wegschleichen aber ist auf jeden fall auch noch luft nach oben ich würde sagen ja bedingt durch die gelb-rote karte können wir ihnen jetzt auch nicht so eine gute note geben da muss er einfach schlauer sein von daher wie sie sagen ist eine vier war ausreichend sané heute auch viel licht viel schatten sehe ich bei einer schlechten drei warum teilweise sehr gut sehr gut das spiel eröffnet hat er dann auch teilweise auf der acht gespielt ganz wild irgendwie so halb rechts dann wenn er da mal vorne ein bisschen weiter vorne war dann mir gut gefallen hat es gut gemacht nach hinten gut mitgearbeitet wie immer das hat er ja mittlerweile begriffen das hat er intus was mir nicht gut gefallen hat war diese wie bei konzela konzelaio ja diese dribblings im eigenen spielaufbau wenn man unter pressing steht dann gegen zwei oder drei da irgendwas hack mix zu versuchen fühle ich nicht ja wenn man kein tiago ist der das kann mit einer körpertäuschung da drei leute in der leere laufen lassen sollte man das sein lassen auf dieser position der vorne weiter vorne kannst du so eine scherze machen alles gut fairerweise muss man sagen hat er aber auch kein sechser oder achter ist auch wenn er da heute irgendwie gespielt hat aber dadurch haben wir uns viele viele ballverluste eingehandelt ja ja ich halte immer zugute dass es einfach nicht seine pose ist ja und wenn er da spielt muss er halt lernen das sein zu lassen da müssen da müssen die klaren bälle kommen ja da kannst du auch mal versuchen an einem vorbeizugehen alles gut aber nicht wenn ich zwei drei leute pressen da versuchen irgendwie den hampelmann zu machen ja die bälle waren immer alle weg und das war nicht gut und ansonsten auch viele fehlpässe aus der position heraus ja weil immer unter druck und so das geht besser habe ich schon eine note gesagt drei minus würde ich sagen musala würde ich dasselbe also eigentlich zieht sich das fast durch die ganze mannschaft viel licht viel schatten heute immer bemüht da kann man gar nichts gegen sagen aber erste halbzeit zum beispiel keinerlei einfluss aufs spiel auch zweite halbzeit die erste vierte stunde keinerlei einfluss aufs spiel weiß auch nicht welche position er gespielt hat das war ganz wild auch wie wie sané irgendwie irgendwie hier haben wir gefühlt heute mit 44 achtern gespielt mit keinem 10er irgendwie außer müller der da vorne rum geirrt ist ganz wild also weiß ich nicht komisch irgendwie man hat es gesehen dann wo er dann die position hatte wo er den freiraum hatte wo er sich entfalten konnte was er kann hat uns dann den arsch gerettet mit dem mit dem vierten tor aber auch davor schon bärenstark super viel geackert gerannt die bälle erobert versucht gemacht getan in der phase übrigens der einzigste ja ähm ja neben die licht hinten und neon hat sich dann irgendwann mitreißen lassen von den beiden ähm von daher würde ich ihn bei einer guten drei sehen ja mit dem tor müssten wir ihm eigentlich eine zwei geben wenn wir ehrlich sind er hat sich ja keine fehler erlaubt oder so hat immer mit nach hinten gearbeitet war halt lange zeit blass ähm ja weiß ich nicht denke das war er heute so der taktik geschuldet habe unsere taktik nicht ganz durchschaut aber am ende ja wenn es nach 20 Minuten 13 Uhr steht äh gibt die taktik dem trainer recht ähm wie es auch immer zustande gekommen ist ähm thomas müller würde ich heute auch bei einer 3 sehen ähm ja ich denke man hat beziehungsweise die erste Viertelstunde hat man ganz klar gesehen dass er einfach kein Neuner ist ähm wir haben ganz ganz viele Bälle ähm auf die Mitte gespielt von unserer Außenverteidigung wenn wir gepresst wurden haben wir den Ball auf die Mitte gespielt wo es sonst Schuppo ist der den annimmt der den verteilt äh das hat müller nicht einmal geschafft nicht einmal er hat jeden Ball verloren oder kam gar nicht erst in diese Position rein ähm das hat dann Sané übernommen das hat dann Sané versucht ja deswegen hatte man den Eindruck dass ein Sané dann irgendwie auf der 8 spielt so ganz ganz komisch irgendwie ähm der Kopfball hat er natürlich gut gesetzt der Müller ansonsten hat er heute auch mal muss ich ihm mal zugute halten ähm war 3-4 Kombinationen wo wir diese guten 20 Minuten hatten wo wir schön den Ball haben laufen lassen 1-2 Kontakte zack 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 da war ein Müller glatt dabei und hat man nicht die die Spielzüge unterbrochen durch annehmen und erstmal gucken und machen und tun ne er war dabei er hat den Ball gleich weitergeleitet also er kann es ja ähm der Phase hat er mir gut gefallen ähm dass er dann ausgewechselt wurde für Tell äh fand ich okay ähm im Nachhinein kann man sagen war die falsche Entscheidung ja Tell war heute wirklich schlecht aber dass man dem Jungen da die Chance gibt äh fand ich okay ähm ja gut kommen wir zu den zu den Auswechselspielern wie gesagt Tell war schwach heute ähm ähm war engagiert gerade am Anfang so die ersten 15 Minuten war er wirklich engagiert ist gerannt gemacht getan äh danach irgendwie weiß ich nicht ähm ich meine teilweise war er schon schlau oder war wahrscheinlich die Anweisung so halt mal lieber den Ball bevor du irgendwie versuchst irgendwie aufs Tor zu gehen oder sowas aber hat sonst auch zu viele leichte Ballverluste gehabt konnte den Ball nicht festmachen und sowas würde ich ihm gar nicht vorwerfen ist ein junger Spieler aber wir beurteilen halt das was wir sehen ähm auf jeden Fall Luft nach oben Paul Wanner äh dasselbe ja also wow körperlich war da ja gar nichts ja also Wolfsburg war heute sowieso körperlich sehr robust sehr stark hat der Wanner gar kein Land gesehen und Tell hat sich da auch super schwer getan ähm Blind ja ich fand es halt gut mit der Holland Connection die waren gleich wieder on fire da haben sie sich abgeklatscht hat sich reingehauen hat gemacht das was er kann und ähm ja für die paar Minuten die auf dem Platz waren war das völlig okay Knabry ähm leider vergeben wir keine Noten obwohl 56 war er fast 45 Minuten auf dem Platz mit einer Spielzeit äh gut 40 Minuten ähm wenn es eine Note geben würde wäre es auch eine 5 ja war sogar noch schlechter wie Fonsi also Knabry ist wieder nur hinterher getrabt nach hinten nicht einmal angezogen wenn es mal nach vorne gehen hat einmal angezogen hat nicht einen Zweikampf gewonnen hat nicht einen Dribbling gewonnen hat nicht einen Ball zum Mitspieler gebracht äh diese Leistung ist eine Frechheit ja ist eine absolute Frechheit und ich verstehe nicht warum er immer wieder diese Chancen kriegt also ne ganz ehrlich dann haut er einfach mal ein oder zwei Junge aus der zweiten Mannschaft rein wenn man meint man muss einen King unbedingt rausnehmen äh die können nicht schlechter sein wie ein Knabry die letzten Spiele also weiß ich nicht und irgendwann muss das mal Klick machen beim 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 Trainerteam und da muss man vielleicht auch einfach mal sagen ich setze mal zwei drei Wochen raus ne um mal einfach mal ein Zeichen zu setzen dass er vielleicht mal wieder wach wird im Kopf weil das das kann äh machen wir uns nicht zwar wissen wir wenn er Bock hat und ist gut drauf kann er es ja äh dann kann er ein guter sehr sehr guter Spieler sogar sein aber Knabry merkst du das schon immer daran wenn er nach hinten immer nur so ich ziehe mal fünf Meter an und dann trabe ich nur noch so kein Biss so ne ähm also das ihm fehlt absolut das was ein Sané zum Beispiel macht ähm ja da würde ich mir echt wünschen mal ein Zeichen zu setzen und sagen komm Serge du bist mal zwei Wochen raus trainier mal ordentlich und dann kriegst du mal wieder eine Chance aber ihm jedes Spiel wieder eine Chance zu geben auch wenn er nicht von Anfang an spielt äh man sieht dass das absolut null zurück zahlt dass das mit Füßen tritt einfach Stanisic äh Stanisic haben wir heute gesehen wie ich schon bei dem zum Transfer Video sagte ist einfach nicht mehr wie ein durchschnittlicher Bundesligaspieler ja und wenn er dann noch nicht gerade einen super Tag hat so wie heute ähm tut er sich verdammt schwer war und ist äh nicht Bayern-like muss man mal ganz klar so sagen also weiß ich nicht ähm ja wie ich sagte man hätte ihn schon eher bringen können für ein Fonsi meines Erachtens nach ähm wahrscheinlich wäre genauso wenig klar gekommen auf der Seite gegen Rede Bakiu also machen wir uns nichts vor wäre wahrscheinlich genauso ein Desaster gewesen ähm gut das zu den Spielern Leute ähm ansonsten ja wir haben 4-2 gewonnen alles ist gut wir sind wieder Erster ein Punkt für Union äh es ist super spannend in der Bundesliga ähm das ist schön ja wir können uns kein Rumgeeier mehr leisten ähm das heißt wir sind auf jeden Fall fokussiert man sieht weiterhin dass uns die Form fehlt ja uns fehlt die Form äh äh Kanzer Leo sieht man der hat Form ja deswegen sticht er auch so heraus ähm alle anderen haben so 30 Minuten Form 35 Minuten und der Rest ist ähm ja keine Form wir kriegen es nicht auf dem Platz dann haben wir noch Spieler wie den Knabry der sowieso gar keine Form hat ähm dann wird es schwierig auch Müller ja Müller hat 30 Minuten im Tank wo er gut ist und dann ist es auch ja vorbei ähm das wird schwierig ähm was ich bisher gesehen habe ich meine wir haben ja bisher immer ein anderes Gesicht in der Champions League gezeigt ähm ja keine Ahnung es ist schwer da was vorher zu sagen für Paris ich meine es ist noch ein bisschen Zeit ähm paar Tage ich meine man sieht ja auch dass wir von Spiel zu Spiel ein bisschen besser reinkommen ähm ähm zumindest teilweise die Spieler also ich meine man sieht es beim Coman auf jeden Fall ähm Kimmich und Koretzka die auch einen Tacken besser werden aber von sie hat es einen riesen Rückschritt gemacht ja schwierig schwierig im Moment wir haben eine schwierige Phase ähm die ist auch noch lange nicht überstanden auch nicht durch den heutigen Sieg aber der Sieg hilft natürlich wieder dabei ähm ein bisschen Selbstvertrauen zu geben und wie gesagt auch gerade ja dass sich mal so ein bisschen die Führungsspieler herauskristallisieren wie in die Licht ja wie in Koretzka und auch ein Musala der jetzt vielleicht nicht der Lautsprecher ist aber mit seiner Leistung einfach vorangegangen ist in der schwierigen Phase ja das muss man ganz klar sagen man muss ja da nicht immer der Lautsprecher sein ähm wenn man mit der Leistung vorangeht und mit dem Einsatz den man zeigt ja alles das was einen äh Knabry heute wieder hat mal vermissen hat lassen gut ähm ich bin sehr gespannt nächstes Spiel ist gegen Bochum zuhause ja machen wir uns nichts vor oder musst du halt einfach gewinnen und musst du am besten souverän 3-4-5-0 gewinnen damit du nochmal ordentlich Selbstvertrauen tankst für Paris dann was drei Tage später ist ähm ich bin sehr gespannt auf das Spiel gegen Paris ich kann uns aktuell absolut null einschätzen sag ich euch wie es ist äh wenn wir einen guten Tag hinten haben sind wir hinten sehr stabil ähm heute hat man gesehen von sie ist komplett überfordert im Moment ja Dings also alter und wir wissen was in Paris rumrennt offensiv also weiß ich nicht wird ganz wird ganz ganz schwierig ähm die andere Sache defensives Mittelfeld I don't know besitzen wir nicht besitzen wir gefühlt nicht ein Kimmich kann das nicht ausfüllen ein Koretzka auch nicht auch wenn Koretzka alles gibt was er kann wir haben keinen defensiven Mittelfeldspieler wir haben keinen richtigen Sechser und da bin ich sehr gespannt alter ähm und ich denke wir haben heute schon gesehen dass es Fehler war Sabitzer gehen zu lassen ja weil Sabitzer hätte uns heute super gut getan ähm aber ich kann natürlich seine Entscheidung völlig verstehen wenn man sieht dass ein Kimmich der keine Leistung bringt jedes Spiel spielt hätte ich auch keinen Bock bei dem Verein zu bleiben also kann ich vollkommen nachvollziehen ähm vor allem weil er auch gute Leistungen gebracht hat und wurde nicht berücksichtigt ähm ist super schade ein Grafenberg ist auch kein Sechser da müssen wir uns auch nichts vormachen ja es kann ein guter Achter sein genau wie Koretzka ein guter Achter sein kann ähm das sind beides keine Sechser und ein Kimmich ist für mich auch kein Sechser der hat ein defensives Verhalten wie ein Schulmädchen alter das haben wir heute gesehen durch die gelb-rote Karte ähm schwierig 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 mehr kann ich dazu nicht sagen äh sollte ich irgendwelche Chancen sagen dass wir gegen Paris weiterkommen sehe ich uns vielleicht bei 30% aktuell also ich sehe da nicht viele Chancen ich weiß nicht wie stark Paris im Moment ist äh ich habe vor ein paar Wochen mitgekriegt dass sie da auch eine schwäche Phase hatten aber ähm ja ich sehe da im Moment nicht viel Licht ich meine wenn wir einen guten Tag in der Offensive haben ja werden wir viele Tore machen aber wir werden auf jeden Fall auch viele Tore kassieren also aber wer weiß vielleicht täusche ich mich vielleicht äh können die Jungs in der Champions League die 150% äh die sie im Tank haben dann abrufen wird interessant zu sehen sein auch danach die Wochen werden nicht leichter mit dem Spiel in Gladbach dann zu Hause gegen Union das sind auch immer zwei knackige Dinger im Februar ähm ja man wird sehen man wird sehen gut rot weiße Grüße gehen raus bleibt gesund Leute ich freue mich auf den nächsten Talk ähm zum Halsspiel gegen Bochum wo ich hoffentlich hier mit guter Mine sitzen werde gehe ich jetzt erstmal von aus also schöne Woche haut rein Tschüssi